Ich bin A.Y. Zu, ich bin 14 Jahre alt und ich turne für das Turnzentrum Deutsche Sporthochschule Köln. Also meine Schwester hat früher geturnt und deswegen bin ich sozusagen in der Halle aufgewachsen und dann wollte ich halt auch die ganze Zeit turnen. Ich bin Lara Hinsberger, ich bin 13 Jahre alt und komme aus dem Sahne. Am Turnen fasziniert mich, dass man eben seinen Körper einfach kontrollieren kann und es einfach auch so vielfältig ist, also man kann so viele neue Sachen lernen und es gibt in anderen Sportarten einfach nicht. Ich heiße Lisa Zimmermann, ich bin 15 Jahre alt und trainiere in Kempf. Für Deutschland zu starten ist eine große Ehre und man möchte natürlich immer sich gut präsentieren können. Nastja Lyukin war immer schon mein Vorbild, weil sie einfach immer so elegant und schön turnen. Die stärkste der Welt ist Simon Biles, von daher möchte ich halt irgendwann auch so gut turnen können. Es ist halt wichtig, dass man nochmal das Team, sag ich mal zusammen hat und dann weiß, dass man sich auch auf die anderen verlassen kann. Wir arbeiten daran, dass die Übungen stabil werden, um halt bei den Wettkämpfen dann auch gute Leistung zu bringen. Ich will einen guten Wettkampf tun beim Länderkampf und einfach das zeigen, was ich im Training mache und einfach mein Bestes geben. Ich möchte gut durchkommen und auch eine gute Leistung fürs Team bringen. đội, ich bin dann Pepper und ein fourteen. Beifall. Beifall. Beifall.